Wer sind Sie denn bitte? Sehr wohl, der Bankfrau. Bitte was? Nein. Rösner meint in einem Fenster gegenüber, einen Polizisten gesehen zu haben. Du alte Drecksau, geh da oben weg, sonst knallt die rein rein, du Penner! Immer mehr Schaulustige sind herbeigeheilt. Die Verbindung per Walkie-Talkie klappte nicht. Das Blitzlicht eines Fotoapparats erhellt den dramatischen Augenblick. Das Gebrüll des Verbrechers klingt fast wie ein Hilferuf. Er weiß nicht weiter. Ihr feige Schweine! Ein Versuch per Walkie-Talkie Kontakt zwischen Gangstern und Polizei herzustellen, scheitert. Zum Schluss! Vielen Dank.